So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Eigentlich bin ich gerade am Wrestling gucken, jetzt habe ich gesehen, da kommt schon wieder eine neue News rein, neues Event. Ja klar, am Freitag soll da ein neues Event losgehen. Jetzt gibt es auch News dazu. Am Freitag ist ja auch der Raid Boss Wechsel. Heatran kommt dann also in die Raids. Jetzt wissen wir auch, was noch in die Raids kommt. Wir wussten ja auch, dass Mega-Aero-Kack-Sprühl in die Raids kommt. Ja, aber das Event, ich sage es gleich vorweg, für mich ist das nüscht. Da gibt es nichts Neues, nichts Spektakuläres. Ich finde das irgendwie, ich glaube, eines der schlechtesten Events, das wir je hatten. In letzter Zeit zumindest. Beim Berge von Macht Event bringen wir den Stein ins Rollen. Das klingt ja schon mal sehr gut, das Bild sieht auch cool aus. Ihr seht hier, oh mein Gott, jetzt denkt ihr, Gestein, Berge, sonst was? So wie Abenteuerwoche, überall krasse Konder. Da sitzen Tarnel überall rum, die gar nichts damit zu tun haben. Oder Lavitar oder hier Rihorn überall. Richtig fette, krasse Sachen. Brokulos in den Raids. Das muss auf jeden Fall richtig krass und fett sein. Und was steht jetzt hier? Die Spezialforschung zur Jahreszeit der Herkunft geht weiter. 7. Januar, das ist der Freitag. 10 Uhr geht es los. Bis Donnerstag, der 13. Januar. Das ist also eine Woche. Januar ist halt, es ist halt Januar. Mein Gott, der Januar ist so richtig komisch. Also, Freitag 10 Uhr bis Donnerstag 20 Uhr. Schreibt es euch mal rein. Die Spezialforschung geht weiter. Okay, irgendwas. Lest euch die Story durch. Ihr seht ja hier was wie wo. Ihr habt einen Eventbonus mit halbierter Strecke für Kumpelherzen durch Spazieren gehen. Also, ihr müsst weniger laufen, um eure Herzen zu kriegen. Fürs Spazieren mit dem Buddy Kumpelherzen. Die Bonbons sind nicht halbiert, die Kumpelherzen sind halbiert. Es wird eine befristete Forschung geben. Eine befristete Forschung, bei denen ihr Pokémon fangt, Eier ausbrütet und Kumpelbonbons verdient. Okay, schließt alle Aufgaben ab, um Pokémon wie Flunkiefer und Tarnel zu begegnen. Tarnel, ja, nimmt man mit, okay. Ist immer ein bisschen undurchsichtig noch alles, trotzdem. Jetzt kommen wir aber zu wilden Pokémon. Wilde Pokémon. Was haben wir denn hier? Wilde Pokémon. Zubat. Komplett sinnlos. Machrollo hatte sein Sea Day, war beim Super Sea Day dabei. Jetzt gab es wieder Macho Mai Raids. Die Leute, nix da, keine Ahnung. Wieder wild ist immer noch ein schönes, cooles Pokémon. Wer noch das Shiny braucht, okay. Wer noch XL braucht, okay. Gute IV hin und her. Passt. Nehmt man mit. Oder Bonbons fürs Krypto. Macho Mai irgendwas. Aber ist jetzt nicht so spektakulär, finde ich. Kleinstein. Ist schon lange irgendwie nicht mehr wirklich relevant. Schneckmark steht hier dabei. Sag mal, Schneckmark. Das sehe ich jetzt erst. Gibt ja doch was Neues. Oh mein Gott. Ich dachte, Schneckmark. Ah, brauchst du nicht. Nasknet, Schmerbe. Brauchst du alles nicht. Alles sinnlos. Und dann mit etwas Glück. Onyx und Kastatur. Also Onyx ist jetzt. Kastatur ist als Shiny auf jeden Fall seltener und interessanter. Und sieht auf jeden Fall mega cool aus. Aber ah, steht ja wirklich da. Zum ersten Mal schillernden Schneckmark. Also gibt es ja doch ein neues Pokémon als Shiny. Also ein neues Shiny Pokémon mit Entwicklung. Also doch. Schneckmark, Makargo, kann alles kaum. So. Da wird auf jeden Fall Schneckmark gesucht. Aber ansonsten die Spawns, die wilden Pokémon. Ich weiß nicht. Was ist davon jetzt wirklich nützlich? Vieles, was ich hier so sehe, denke ich dann vielleicht für die GBL. Ein bisschen hier Schmerbe. In der GBL dann mit seiner Entwicklung. Vielleicht ein bisschen. Ich weiß es nicht. Also die Spawns an sich hauen mich jetzt nicht wirklich um. Gibt es halt Shiny-Jagd auf das eine, was man braucht. Ihr auf das, was ihr braucht. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr braucht. Dann kommen wir zu den Raid-Kämpfen. Finde ich jetzt auch nicht so spektakulär. Ihr habt hier Aola Kleinstein im einer Raid Onyx. Im einer Raid. Obwohl das eigentlich auch im Feldforschungsdurchbruch sein soll. Und einfach geboostet ist von der Shiny-Rad. Und auch bei den Abenteuerwochen schon überall war. Tarnhell-Raids. Hm. Ist aber natürlich trotzdem interessant. Weil wir wollten ja mega, äh, mega Aerodactyl-Raids anbieten. Ist also gut, wenn nichts in den Dreier-Raids oder den Einer-Raids drin ist. Was mega interessant ist. Sodass man wirklich sagen kann, man bietet halt wirklich dieses Aerodactyl mal an. Ansonsten Tarnhell für viele vielleicht noch interessant. Bronzel jetzt auch wieder nicht so. Also Einer-Raids Tarnhell vielleicht. Aber es hat auch sein Seeday gehabt, alles. Raid-Kämpfe Stufe 3. Ursaring, Donphan, Meditalis, Absol. Absol kann Shiny sein. Der Rest nicht. Man könnte auch auf Mega-Absol-Raids gehen, wenn sie wieder da sind. Wenn man das Shiny haben möchte. Der Rest ist auch uninteressant. Raids Stufe 5. Heatran weiß man ja. Stand ja schon fest. Haut aber viele jetzt auch nicht vom Sockel. Da habt ihr ja sowieso ein bisschen mehr Zeit. Das muss jetzt nicht unbedingt direkt für das Event alles. Mega-Raids. Mega Aerodactyl. Weiß ich nicht, ob das nützlich ist. Ist neu. Macht drei Raids. Entwickelt es einmal. Und dann habt ihr da auch den Pokédex. Also es ist alles, ne? Weiß ich nicht. Pokémon bei Feldforschungsaufgaben. Wir können wenigstens das Shiny-Schneckmark auch aus Feldforschungsaufgaben bekommen. Mit Glück vielleicht auch einem Shiny-Flungkiefer, wem das fehlt. Alola Kleinstein. Ist ja auch nochmal aufgelistet. Und perfekt, dass jetzt Werbung ist, sodass ich nichts verpasse. Und ansonsten war es das schon. Das war wirklich alles schon. Also das ist das ganze Event. Moment, was natürlich diese befristete Forschung, die dann weitergeht, die Aufgaben, was es dann wieder an Erfahrungspunkten gilt, an Sternenstaub, an Items, an Begegnungen. Das ist ja eine feine Sache. Aber im ersten Moment wirkt es etwas mau. Wenn ihr sagt, das ist mau, schreibt es mal in die Kommentare. Ist es mau oder ist es mega? Schreibt es mal rein. Ich nehme alles zurück mit dem, dass es nichts Neues gibt. Also scheinen die Schneckmarken wird eingeführt. Aber ansonsten trotzdem, ja, für zwischendurch. Wir sollen uns nicht beschweren. Freut euch, dass es überhaupt immer mal wieder was Neues bringt. Ich werde mich jetzt aufs Schein die Schneckmark konzentrieren. Werde mein Mega Aerodactyl machen. Dreimal, damit ich es männlich entwickeln kann. Dreimal, damit ich es weiblich entwickeln kann. Also sechs Raids muss ich machen, mindestens. Und dann bin ich damit auch durch. Weil ich finde das auch irgendwie hässlich. Ohne Spaß. Aerodactyl finde ich cool. Mega Aerodactyl finde ich mega hässlich. Hier diese schwarzen Ohren, diese schwarzen Augenbrauen, dieser schwarze Zipfel. Da kann ich nichts mit anfangen. Das war es auch schon von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ich gucke jetzt noch Wrestling. Muss gucken, wer wird der Nummer 1 Herausforderer auf dem Brock Lesnar. Sein Gürtel. Paul Heyman steht auch wieder an seiner Seite. Und ich muss auch glaube ich gleich noch eine Umfrage starten, weil ich immer noch nicht weiß, was wir morgen machen. 18 Uhr im Stream. Wir könnten Giratina Shiny Hand weitermachen bei Leuchtende Perle. So wie wir das abends immer machen und ziehen das schon vor. Oder wir machen einen Interaktions-Stream mit PvP wieder gegen die Freunde, kurz WP-10-Pokémon reigen und interagieren. Oder ich mache Rauch an und sitze einfach nur da und mache gar nichts. Keine Ahnung. Wenn ihr noch Ideen dazu habt, könnt ihr das auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht sehe ich da was und kann mich inspirieren lassen von euch. Ansonsten Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.